Ich grüße euch ihr Lieben zum nächsten Wochenorakel mit mir und zwar für die Zeit vom 2. bis zum 8. November 2020. Ja ich freue mich dass ihr alle wieder mit dabei sitzt. Wie immer vorneweg ein paar Worte und bitte die die sonst immer davonlaufen und gleich zur Legung weiter spulen. Bleibt es wieder noch kurz dran. Ich wollte nur sagen ich mache ein bisschen eine Umstrukturierung wahrscheinlich. Weil das Wochenorakel erscheint ja immer am Sonntag. Das werde ich wahrscheinlich auf den Samstag verlegen. Weil ich das wöchentliche Liebesorakel nicht mehr so in der Art machen werde. Ich möchte da umstrukturieren. Ich habe das auch erklärt im Liebesorakel weil der da mit dabei war. Es wird Monatsliebesorakel geben weiterhin und dann je nach Bedarf. Also ich möchte das nicht mehr so fix fest immer am Samstag machen. Sondern wann es halt reinkommt. Wann die geistige Welt mir wieder einen Impuls gibt. Weil momentan die Wochenorakel wirklich sehr sehr beliebt sind. Und auch meine Tages, die Express Tagesorakel. Das kommt ja auch jeden Tag. Das teile ich auch immer. Das mache ich auch immer auf Instagram. Wenn ihr dort seid, dann seht ihr das auch gleich. Braucht ihr nicht mehr auf YouTube gehen. Könnt ihr natürlich auch, aber ich sage nur. Und ja dann nur dass ihr Bescheid wisst. Dann wollte ich euch daran erinnern, dass diese Legung das große Kartenblatt auch für euch zum Buchen gibt. Auf meiner Webseite als Video oder als WhatsApp Legung. Da kriegst du eine WhatsApp Nachricht von mir. Als Rundumblick quasi für 6 bis 12 Monate. Und du kannst noch 3 Fragen dazu stellen. Die ich versuche auch im Video oder in der Legung halt zu beantworten. Und natürlich auch die Liebeslegungen gibt es. Und das Bänder trennen bitte nicht vergessen. Ganz wichtig. Ja für alle die das Gefühl haben, sie stecken irgendwo in der Sackgasse. Ja biete ich an als Sitzung das Bänder trennen. Das ist bitte nicht zu verwechseln mit der normalen Sitzung. Weil es schon eine Anfrage gab, warum das teurer ist. Also das ist wirklich eine, ja eine Energiearbeit. Das ist auch für mich mehr Anstrengung, ja. Als eine normale Beratung. Also dann bitte, ja schaut euch das genau an. Bitte immer genau alles lesen. Ich habe alles auf der Homepage hingeschrieben. Ich glaube manchmal schreiben mich die Leute einfach so an, ohne nachzulesen. Bitte wenn euch etwas interessiert geht es immer auf die Homepage. Dort seht ihr alles. Dort habe ich alles erklärt. Welche Schritte zu tun sind. Was zu tun ist. Auch für eine Beratung. Und wie viel das kostet. Und es ist wirklich immer wieder. Es kommen Fragen auf Instagram. Wie viel kostet das. Und ich verlinke eh. Ich habe eh immer die Homepage. Da muss man schon wirklich so weit selber mündig sein. Dass man das selber auch liest. Ja ich bitte darum. Und diese Woche kann sich das verzögern. Also dass ich euch antworte. Ich bin von 1. bis 4. nicht da. Also nicht zu Hause. Nicht in meinem Büro. Und ja ich bin unterwegs. Aus privaten Gründen. Und ich habe zwar das Handy mit auch und so. Und natürlich die E-Mails. Aber ich versuche wenn es meine Zeit zulässt. Ich werde auch nicht viel Zeit haben. Weil ich wirklich viel unterwegs bin. Euch dann zu antworten. Trotzdem. Falls ihr ihm schreibt. Falls ihr bucht. Bitte rechnet es aber dann mit einer Verzögerung. Ich habe es aber eh auf die Homepage auch geschrieben. Und auch am WhatsApp. Wenn sie mir schreibt zur WhatsApp. Dann bekommt sie als erstes mal eine automatisierte Antwort von mir. Und da steht das auch drinnen. Ja und dann möchte ich euch noch wie immer an meine Telegram Kanäle erinnern. Claudia Engel Zeitenwende. Claudia Engel Lichtarbeiter. In der zweiten Wende teile ich alles was mir so über den Weg läuft. An alternativen Nachrichten. Im Moment geht es ja ziemlich rund. Also Entschuldigung für die die es jetzt nicht interessiert. Die können ja jetzt weiterspulen. Es geht ja ziemlich rund draußen. Und es ist sehr viel im Umbruch. Und ja man ist wirklich fasziniert fast was da draußen vorgeht. Und bitte verliert es wirklich nicht die Hoffnung. Ich weiß vielen geht es so auch mir. Auch ich habe einen Tage wo ich wirklich am liebsten alles hinwerfen will. Auf einen anderen Planeten. Und nicht mehr hier weil das so ja schrecklich ist. Es gibt jetzt sehr positive Nachrichten. Da möchte ich euch auch über diesen Weg darauf hinweisen. Für alle Österreicher. Und wahrscheinlich wird sich Deutschland dann irgendwann anschließen. Es ist ja jetzt für Montag in Österreich der zweite Lockdown geplant. Aber sie haben es ja verschoben eben. Also wenn ihr das Video seht. Dann ist es schon draußen. Ich weiß es nicht weil ich drehe das Video immer ein bisschen vor. Also ihr seht das Video am Sonntag. Da weiß man dann schon was ist oder auch nicht vielleicht. Ja also ich weiß seit 29. Oktober. Es gibt ein Gerichtsurteil vom Verfassungsgericht. Dass so ziemlich alle Lockdown Maßnahmen gekippt hat. Vom Frühjahr. Und ja man wird sehen was daraus wird. Auch wenn die jetzt einen Lockdown verordnen. Dann ist das verfassungswidrig. Auch das Maske tragen. Es ist darin alles. Gehts auf meinen Kanal. Telegram. Da habe ich das auch verlinkt. Oder ihr findet das auch auf Youtube. Ähm. Ja. Jetzt fragt es mich nicht unter was. Ähm. Da kann man das auch anschauen. Das hat ein Rechtsanwalt. Ähm. Ja anscheinend der das eh selber auch. Ähm. Quasi betrieben hat. Ja. Der hat das jetzt online gestellt. Ähm. Das ähm. Vom Verfassungsgerichtshof. Das Urteil. Und also falls euch das interessiert. Ja. Ich schau grad. Also das heißt. Triumph in AT. Also in Österreich. Verfassungsgericht. Moment. Ich sag's euch gleich. Falls euch das eben interessiert. Und ihr seid jetzt nicht auf meinen Kanal. Also Triumph in AT. Verfassungsgerichtshof. Lockdown. Nachfolgeverordnungen. Verfassungswidrig. Der Kanal heißt. Honk4Hope. Falls euch das interessiert. Da wird das. Es geht auch ein zweites Video. Wo in so einer Interviewform. Wo das auch. Ähm. Ja. Nochmal besprochen wird. Es passt hier nicht her. Ich weiß. Entschuldigt's. Aber ich weiß. Dass auch viele interessiert sind. An solchen Infos. Und das wird natürlich jetzt alles unter den Teppich gekehrt. Das wird natürlich nicht irgendwo im Mainstream so groß mächtig gezeigt werden. Ähm. Aber nur dass ihr Bescheid wisst. So. Jetzt habe ich einen kleinen Ausschwenker gemacht. Ähm. Genau. Dann fallen wir an. Wie immer. Das Wochenorakel. Das große Kartenblatt. Ähm. Jetzt. Diesmal habe ich nicht vergessen. Meine wunderschönen neuen Delfine Karten. Die ich von einer lieben Zuschauerin bekommen habe. Geschenkt bekommen habe. Ähm. Ja. Die habe ich diesmal als Orakelkarten genommen. Da könnt ihr euch wieder eine aussuchen. Oder das auch belegen. Für die und die Person vielleicht. Ähm. Die ihr kennt wie ihr wollt's. Ja. Und ich gehe ja immer nach den Eckkarten. Was so die Eckkarten hergeben an Themen. Und. Äh. Ja. Da kommen ja immer so schöne Feedbacks auch von euch. Da bin ich immer ganz. Das freut mich. Dass das so treffend ist. So zutreffend. Und ja. Wenn ihr mir auch eine Freude machen wollt. Unter dem Video ist mein Paypal Spenden. Also E-Mail Adresse. Wo ihr eine Paypal Spende hin machen könnt. Verlinkt. Und meine Amazon Wunschliste. So. Jetzt. Jetzt war es mal wieder eine lange Vorrede. Aber manchmal muss das sein. Und ich möchte auch mit euch kommunizieren. Deswegen gibt es ja auch meine Telegram Kanäle. Wo ich eben das alles weiter teilen kann. Und. Aber manchmal muss es halt. Ja. Muss man halt. Näher drauf eingehen. Ja. So. Jetzt aber. Dann schauen wir mal. Was unter der ersten Karte liegt. Was ist so die Überschrift. Ok. Und da haben wir die Routen. Und wow. Das schaut schon mal sehr gut aus. Ja. Also die Routen. Die Gespräche. Und da haben wir gleich mit dran. Die Sterne. Also die höchste Glückskarte. Dann haben wir die Liebe. Und dann haben wir das Kreuz. Also das Schicksal. Das Karma. Wow. Also du kannst in dieser Woche. Ja. Liebesgespräche erwarten. Das muss jetzt nicht immer die Partnerschaft sein. Kann natürlich. Aber man liebt ja auch andere Personen. Deswegen ist sich das hier nicht so ganz so beschränkt. Schauen wir mal was noch bei den anderen Ecken dann sich zeigt. Aber eben es kommen so schicksalshafte Gespräche. Aber für mich ist das dann sehr positiv. Also schicksalshaft positive Gespräche. Und vor allem die Glück bringen. Und hier haben wir mit dem Brief nochmal die Kommunikation und das Buch. Das Geheimnis. Also es könnte sein, dass du in dieser Woche etwas von einem Liebesgeheimnis erfährst. Vielleicht gesteht dir jemand seine Liebe. Vielleicht ist es auch jemand aus der Vergangenheit. Der wieder zurückkommt. Also das wäre so in der Möglichkeit. Schauen wir in die nächste Eckkarte. Hier haben wir die 22 die Wege. Entscheidungen werden getroffen. Da haben wir die Frau dran. Also die Schlange. Den Hund und den Sarg. Okay. Schlange und Hund ist für mich so immer die weibliche Freundin. Eine gute Freundin. Da ist aber die Maus dran. Also es könnte gut sein, dass hier jemand sich getrennt hat von dir. sich zurückgezogen hat. Und jetzt aber eben die Entscheidung trifft. Weil die Frau auch transformiert worden ist. Vielleicht ist sie die letzten Monate wirklich durch eine Transformation gegangen. Es sind ja im Moment so viele Freundschaften, die leider zerfallen. Das ist eh so traurig. Also ich habe sie in meinem Freundeskreis auch erlebt. Eben durch das, dass man nicht so ein Mainstream Mensch ist. Und ich habe von Anfang an gewusst, dass das alles gesteuert ist. Es mag den Virus geben, aber er wird halt wirklich zu ganz anderen Dingen benutzt. Und ja, also eine Freundin von mir, die sich eben, habe ich eh schon öfters erzählt, nach 18 Jahren getrennt. Und sowas könnte das bei euch sein. Vielleicht ist es auch bei mir meine Freundin. Und das ist das, was ich meine mit der Liebe. Es muss ja nicht immer die Beziehung sein. Eine Freundin liebt man ja auch. Und vielleicht hat diese Person sich transformiert und ist jetzt wirklich in den guten Energien. Und hat Entscheidungen getroffen, sich wieder an dich zu wenden. Mit dir wieder zu sprechen. Vielleicht eine Entschuldigung auszusprechen. Das würde mich natürlich ganz besonders freuen. Weil ich eben aus eigener Erfahrung weiß, wie hart das ist, wenn man eine Freundschaft... Weil ich finde gerade in einer Freundschaft sollte man, auch wenn man nicht einer Meinung ist, doch die Meinung des anderen ja anerkennen und nicht einfach dann die Freundschaft abbrechen. Vielleicht war das bei euch auch so. Und das klärt sich jetzt. So, dann haben wir das Glück. Ja, das Glück ist leider ein bisschen eingekastelt von den Bergen, Wolken, Turm. Das ist natürlich nicht so positiv. Aber wir haben hier die höchste Glückskarte als Zweiter. Also das ist für mich schon so die Überschrift. Ist ja die erste Karte, also die Kommunikation. Kann auch sein, dass es noch kurzfristig eingeschränkt ist. Ja, das ist vielleicht noch nicht die Woche passiert. Aber eben, wie ich immer sage, Samen gesetzt werden. Vielleicht meldet sie sich mal bei dir. Die Freundin kann auch ein Freund, in dem Fall natürlich sein. Ein männlicher Freund, habe ich vergessen zu erwähnen. Ist ja ein Kollektivarakel. Aber eben jemand, der von dir zurückgezogen ist. Und da ist was unklar. Und das sind die Berge, also das... Na, die Blockade. Es kann sein, dass es noch kurz herrscht. Und vielleicht kommt bei der Person jetzt auch irgendwas in Gang. Irgendein Wissen oder irgendein Verständnis plötzlich. Und dass man dann auch wieder auf einen gemeinsamen Weg kommt. Es liegt ja auch die Beziehungskarte dran. Also es kann sehr wohl auch Beziehungen, ja, richtige Liebesbeziehungen betreffen. Und wir haben hier auch noch die Seelenpartnerkarte dran mit den Fischen. Also auch das kann sein, dass der Seelenpartner jetzt in Schwung kommt. Hoffe ich. Wäre sehr schön für dich, ja. Und eben mit dem Geld, da kann man auch sagen Verträge. Das kann sein, dass etwas blockiert ist. Vielleicht die Bank. Aber hier ist der Schlüssel und die Stabilität. Also wenn du da jetzt irgendwas abschließen möchtest oder auf irgendwas wartest. Von der Bank wären hier nämlich, so wie es da liegt, auch positive Nachrichten zu erwarten. Das ist ja auch gut. Schauen wir mal in die letzte Eckkarte, was uns hier noch gezeigt wird. Ja, das Haus. Hier haben wir das Haus, das Schiff, den Fuchs und die Sense. Also plötzlich, könnte wirklich sein, dass plötzlich eine Falschheit beendet wird. Und jemand kommt wieder auf dich zu. Es geht etwas weiter, es bewegt sich. Und hier liegt das Kind und du, wenn du auch ein Mann bist, gilt das auch für dich. Du schaust ins Kind. Kann natürlich sein, dass das auch deine Kinder betrifft, ja. Vielleicht haben auch deine Kinder jetzt mit dir nichts geredet. Aufgrund der jetzigen Krise oder auch schon länger. Und plötzlich kommt hier jemand ins Haus geschneit. Könnte ich mir wirklich vorstellen, dass jemand plötzlich vor der Türe steht. Aber eben eher ein Kind, also muss jetzt kein kleines Kind sein, weil das wohnt wahrscheinlich eh bei dir. Aber kann auch für erwachsene Kinder stehen. Und hier haben wir auch den Erfolg dran und die positiven Veränderungen mit den Störchen. Und übrigens hier sehe ich schon wieder mal die Umzugskombination. Ich habe ich eh gesagt, bei mir ist die ja andauernd überall. Und da ist es schon wieder. Also das ist Umzug, Umzug, Neuweginn. Vielleicht erfasst du was darüber. Vielleicht ziehst du auch zu deinem Herzensmann, Herzensfrau. Das kann auch sein, dass der Umzug jetzt auch für das Thema Partnerschaft gilt. Und du liegst jetzt da in der Mitte noch. Das sind auch wichtige Karten mit dem Stress. Aber Einladung und da ist der Bär. Also es kann sein, dass wirklich die Einladung von jemandem kommt. Einer männlichen Person, wenn du wirklich einen Wunschpartner hast und keinen fixen Partner. Aber das könnte auch mit den Eltern zu tun haben. Weil die Vögel stehen ja für die Eltern. Dass ihr die besucht. Vielleicht sind die weiter weg oder waren irgendwo. Na gut, jetzt werden die Maßnahmen wieder verschärft. Aber vielleicht kann man doch irgendwo, wenn sie im Heim sind, darfst du sie wo besuchen darfst. Oder eben es ist wirklich so dieses Thema mit den Kindern. Du bist ja auch Eltern. Mir kommt es vor, dass wirklich der oder die Woche freundschaftliche und familiäre Themen geklärt werden. Zu euren Gunsten. Dass es besser wird. Dass wieder mehr Harmonie einkehrt. Das würde ich euch auch wirklich wünschen. Schauen wir mal in die wunderschönen Delfinkarten, was die uns sagen. Wenn du die ausgewählt hast, dann hast du hier unbändige Reiselust. Oje, momentan ein bisschen schwierig. Mit Begeisterung zu neuen Ufern. So wie alle Ozeane der Erde miteinander verbunden sind und Delfine weite Strecken zurücklegen, so haben wir einen wunderschönen Planeten, auf dem es viel zu entdecken gibt. Länder und Kulturen sind mit unserer Seelenerinnerung verbunden. Neue Erfahrungen und weite Möglichkeiten der Liebe warten auf dich. Mache dich auf. Genau, das wollte ich nämlich eh sagen. Das muss ja jetzt unbedingt. Jetzt kann man ja nicht gescheit reisen. Entweder später. Oder eben auch die inneren Reisen. Dass du reisen. Man kann ja auch wirklich über die energetische Ebene zu Orten reisen. Orte besuchen. Man hat so seine Lieblingsorte. Oder vielleicht hast du auch einen im Umfeld, dass du nicht so weit musst. Und hast dort deinen Kraft- und Lieblingsort. Dann geh dorthin und wenn nicht reise wirklich in Gedanken. Suche wirklich so das Abenteuer sozusagen. So wenn du die Karte gewählt hast. Lässiger Geistesblitz. Druckloses erkennen von Eingebungen. Entspanne dich. Surfe durch den Ozean allen Seins. Lasse dich genüsslich mit einer wachen und offenen Geisteshaltung treiben. Beobachte die Erkenntnisse, die dir auf deiner freien entspannten Reise in den Sinn kommen. Also da haben wir wieder so Reisen. Vielleicht machst du wirklich innere Reisen. Gedankliche Reisen. Und du bekommst jetzt Geistesblitze. Ideen. Wow. Das ist super. Das wird für mich sehr kreativ für dich. Also lass das auch zu und verdräng das nicht. Ich kenne das auch von mir. Ich habe auch jetzt so diese, was ich euch so alles anbiete. So die Videos und so die Legungen und so. Das waren auch alles so Geistesblitze irgendwie bei mir. Das war auf einmal da. Und irgendwie dann manchmal denkt man sich auch nein. Und das wird eh nichts. Und so. Nein lass das zu. Wenn du das hast, bitte geh dem auch nach. Es ist ganz wichtig. So. Dann haben wir erstaunliche Beweglichkeit. Alles schwingt. Alles ist in Bewegung. Delfine haben starke Muskeln und bewegen sich viel. Bewege dich. Geh nach draußen. Habe Spaß. Wenn du dich bewegst und sportlich betätigst, dann lässt du dein gesamtes Energiesystem mit Prana auf. Lädst du dein gesamtes Energiesystem mit Prana auf. Blockaden lösen sich. Deine Lichtbahnen werden frei. Alles kommt ins Fließen. Ja. Es ist natürlich auch so eine Sache mit dem Lockdown. Was darf man noch? Also falls es in Österreich wirklich kommt, dann Sport und so darf man glaube ich. Zumindest gilt eh nur in der Nacht. Also auch wenn Sportstätten geschlossen sind. Man kann sich ein Rad nehmen. Man kann sich Inlineskater nehmen. Okay jetzt ist das Wetter nicht mehr so schön. Oder joggen gehen. Walken gehen raus. Einfach bewegen. Oder geh einfach nur spazieren. Aber die Delfine raten dir da wirklich geh raus damit deine Energien wieder fließen. Also ich sehe das ja auch bei mir durch, dass ich ja quasi von zu Hause aus arbeite. Bin ich ja auch viel zu Hause. Und ich habe mir damals meinen Hund genommen. Damit ich raus gehe. Also vor fast zwölf Jahre habe ich sie jetzt. Nächste Woche wird sie zwölf. Und dann habe ich sie ja im November, Jänner drauf bekommen. Und ja habe ich mir damals auch eben. Weil dann habe ich ja mit dieser Arbeit angefangen. Und dass ich raus gehe. Damit man gezwungen ist raus zu gehen. Also nehmt ihr das auch wirklich vor. Wenn du viel im Büro sitzt oder so. Man kann ja auch wirklich sagen, dass man. Wenn man mit der öffentlichen Verkehrsmittel fahren muss. Ein paar Stationen gehen kann. Also man kann immer wieder Bewegungen. Auch im Bus oder so. Wenn man wo steht. Zum Beispiel in Wien die Busse sind oft sehr voll. Ja und da habe ich mal gelesen. Eine gute Übung quasi stehen. Ohne sich anzuhalten. Natürlich muss man sich absichern. Das ist schon klar, dass man nicht durch den Bus fliegt. Aber so als Gleichgewicht Übung und so. Also man kann das immer irgendwo einbauen. Also für dich ist wichtig dich zu bewegen. So und dann schauen wir noch was die Karte sagt. Heilende Töne. Oh. Deine Stimme ist Klang, Frequenz und Vibration. Töne, Silben, Klänge, Stimmmelodien und Worte haben Energie, Ausstrahlung und Kraft. Achte daher auf einen guten harmonisierenden Ton in deiner Umgebung. Was sendest du aus? Was empfängst du? Welche Vibrationen strahlst du in die Welt? Wo kannst du durch deinen Klang Liebe, Öffnung, Energieerhöhung, Freude und Kraft bringen? Ja, das ist wirklich so ganz wichtig. Erstmal was wir aussehen. Welche Töne geben wir von uns? Was sprechen wir? Was geben wir so in die Umwelt ab? Und auch was du dir rein ziehst, ist ganz ganz wichtig. Also ich habe gerade letzte Nacht eine bestimmte Art von Musik gehört, die ich so bewusst noch nie gehört habe. Muss ich zugeben. Ich möchte jetzt nicht verraten was. Aber es war für mich wirklich verwunderlich, wie man mit Musik alles mögliche beeinflussen kann. Auch ganz banal. Ganz banal. Es war eigentlich etwas ganz banales. Aber ich war total fasziniert, wie sehr mich diese Musik beeinflusst hat. Also ich bin auf das, war auch so ein Geistesblitz gekommen und habe dann gegoogelt. Also im YouTube, so im YouTube geschaut. Und ja, das war Musik, die mich sehr 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 mitgetragen hat und mitgenommen hat. Und beeinflusst hat auf die eine oder andere Weise. Und ich war vollkommen fasziniert. Und jetzt ziehe ich das. Also achte auch darauf, was du dir anhörst. Aber eben auch was du von dir raus gibst. Na gut. Dann ja, ich danke euch fürs dabei sein. Wie gesagt, wahrscheinlich nächste Woche am Samstag. Ich kann es aber nicht versprechen, weil ich ja die Woche erst am Mittwoch wieder zurückkomme. Ob ich es schaffe. Also es wird jetzt so ein bisschen eine, ja. Ihr seht es dann eh, wenn ihr mich abonniert habt. Oder eben auf den Telegram Gruppen teile ich ja auch immer. Und dann, ja seht ihr eh, wenn es online ist. Na gut. Achso. Und was ich noch vergessen habe, falls ihr noch dran seid. Schickt es mir auch vielleicht, wenn ihr die anderen Themen habt, wo ich drauf legen soll. Also Kollektive. Weil ich habe gesagt, die Liebesoragen will ich nicht mehr so regelmäßig machen. Ähm, wenn ihr Interesse habt. Weil ich habe eh oft schon so Finanzorakel und Berufsorakel. Aber da waren nie so viele Aufrufe. Vielleicht gibt es mal, ja, Themen die einfach alle interessieren können. Könnt ihr mir gerne schreiben als Kommentar oder über meine Homepage am Kontaktformular. Also es würde mich, ja, würde mich interessieren. Dann würde ich gerne nochmal solche Leguen machen. Na gut. So jetzt aber alles Liebe und bis bald. Tschüss. Pa, Pa, Pa. Ja. 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 Ja.